In diesem Video zeigen wir Ihnen anhand einer kleinen Übung, wie Sie Ihre eigenen Aufnahmen über den Cantaloo-Bild-Server bereitstellen und anschließend verwalten können. Achtung! Für die Durchführung dieser Übungen sollten Sie bereits den Cantaloo-Bild-Server eingerichtet haben. Falls nicht, so sehen Sie sich in diesem Videotutorium an, wie es geht. Nun beginnen wir mit der Übung. Unsere Bilder, mit denen wir jetzt arbeiten werden, speichern wir zunächst im Images-Ordner. Diesen haben wir innerhalb des Cantaloo-Verzeichnisses bereits angelegt. Die URL, über die auf die Bilder zugegriffen werden kann, besteht in Cantaloo aus folgenden Komponenten. Einem statischen Präfix, dem vollständigen Dateinamen, einem Suffix und einem Ziel-Dateiformat. Im Präfix befindet sich die Adresse unseres eingerichteten Bildservers. Der Dateiname bezieht sich auf das Bild, das wir aufrufen wollen. Das Suffix beinhaltet die Parameter des angezeigten Bildes. Das Dateiformat gibt an, in welchem Format unser Bild ausgegeben werden soll. Über den Aufruf dieser Beispiel-URL werden wir das Bild in Originalgröße und Auflösung erhalten. Allerdings nicht mehr als JPEG, sondern als eine PNG-Detail. Über die Änderung einzelner Parameter im Suffix können wir die Ausgabe des Bildes weiter steuern. Zum Beispiel können wir nur einen Abschnitt vom Bild anzeigen lassen, es spiegeln oder auch seine Größe ändern. Das Suffix der Bild-URL folgt dabei dem IIIF-Schema. In Region können wir bestimmen, welcher Teil des Bildes angezeigt werden soll. Unter Size können wir die Auflösung des Bildes definieren und in Rotation seinen Rotationswinkel ändern. Unter Quality können wir schließlich das Farbschema der Bildansicht anpassen. Nun versuchen wir über die Anpassung von Bild-Parametern die Ausgabe unseres Bildes zu steuern. Nachdem wir den Cantaloo-Bildserver gestartet haben, geben wir im Browser die IIIF-URL des Bildes an. Zunächst drehen wir das Bild um 90 Grad. Dafür ändern wir den Wert des Rotationsparameters von 0 auf 90. Danach ändern wir die Farben des Bildes auf Graustufe. Dafür ersetzen wir den Wert des Farbparameters von Default auf Gray. Wenn wir zusätzlich auch die Größe des Bildes anpassen wollen, müssen wir den Size-Parameter von dessen Anfangswert zum Beispiel auf 150 Komma setzen, um die Bildbreite auf 150 Pixel zu verändern. Weitere Details zu URL-Parameter finden Sie auf der offiziellen Webseite der IIIF-Community. Vielen Dank fürs Zuschauen!